Willkommen zu einem non-to-doll Video hier auf meinem Kanal. In diesem möchte ich dir zeigen, wie du recht einfach deinen Firefox datenschutzfreundlicher, sicherer und schneller einstellen kannst. Mozilla hat sich in den letzten Jahren keine große Mühe mehr gemacht, den Browser bei seinen Kernfunktionalitäten zu verbessern. Sie haben eher unnütze Funktionen eingebaut, die wirklich kein Mensch braucht. Trotzdem werben sie mit Datenschutz, Schnelligkeit und Privatsphäre. Im Hintergrund wandern aber die Daten zu Mozilla, Google, Pocket und anderen Plattformen, die sich eingekauft haben. Viele Nutzer beklagen sich auch, teilweise zu Recht, dass der Browser langsam und träge ist. Deswegen installieren sie lieber Google Chrome. Dabei vergessen sie aber voll und ganz, dass Google Chrome eine größere Spyware-Software ist als Firefox. Ich will aber jetzt nicht auf alle Mängel eingehen, das wäre wohl ein extra Video wert. Wie du Firefox mit einfachen Mitteln noch besser machen kannst, zeige ich dir jetzt. Denn einige Firefox-Nutzer haben sich die Mühe gemacht und Einstellungen gefunden, die man nur etwas anpassen muss. Schon läuft der Fuchs besser. Warum Mozilla die Einstellungen nicht bereits 1 zu 1 übernommen hat, ist mir total unklar. Wir müssen für die Änderungen ja nicht mal Zusatzsoftware installieren. Alles ist mit Bordmitteln machbar. Am Ende ist der Fuchs wieder auf Augenhöhe mit Chrom in Sachen Tempo und deutlich besser im Bereich Datenschutz und Privatsphäre. Dieses Video ist für alle Plattformen gültig, auf denen Firefox vorhanden ist und die About-Config-Seite erreichbar ist. Es gibt allerdings ein paar Plattformen, auf denen die About-Config-Seite nicht vorhanden ist. Da kann ich leider nichts dagegen tun. Alle Links und Befehle, die du gleich brauchst, findest du unten in der Videobeschreibung oder auf meiner Homepage. Klick also dort mal rein. Am Ende des Videos habe ich noch ein paar Tipps und Tricks für dich. Schau das Video daher bis zum Schluss an. Beginnen wir als allererstes mit dem Desktop-PC. Hier nutze ich jetzt ein einfaches Windows-11-System. Alles lässt sich aber problemlos auch auf Linux oder macOS umsetzen. Um den Firefox besser zu machen, starten wir ihn einfach mal. Nach dem ersten Start, wo wir da ein paar Grundeinstellungen vornehmen können oder auch unseren Marcella-Account verbinden können, können wir dann hier eben mit dem Browser beginnen. Das habe ich jetzt aber schon mal übersprungen. Ich bekomme hier jetzt einfach noch die Frage angezeigt, ob der Firefox jetzt als Standardbrowser festgelegt werden soll oder nicht. Ich drücke jetzt hier mal absichtlich auf Nicht jetzt. Damit ihr gleich die Änderungen etwas schneller vor Augen habt, werde ich euch zwei, drei Ecken jetzt zeigen, die eventuell gleich verschwinden werden. Firefox hat ja seit geraumer Zeit diesen Firefox-View-Button hier oben. Den finde ich persönlich ziemlich nutzlos. Ich brauche ihn nicht und mache ihn jedes Mal weg, wenn ich ihn sehe. Dann haben wir hier rechts oben den Pfeil nach unten, wo wir dann alle Tabs auflisten lassen können, die gerade geöffnet sind. Dieser Pfeil kam früher eigentlich, wenn eben zu viele Tabs hier oben waren und die nicht mal sauber dargestellt werden konnten, damit man hier eben über so ein normales Menü den passenden Tab suchen konnte. Dann haben wir hier eben Pocket. Darüber können wir eben, ja, weitere Geräte übergreifend synchronisieren damit, was ihr offline lesen könnt. Habe ich tatsächlich noch nie in meinem Leben benutzt. Bin ich komplett nutzlos, läuft im Hintergrund mit und verbraucht Ressourcen. Wer etwas an Datenschutz denkt, der hat auch die Möglichkeit, hier ein Firefox-Profil zu hinterlegen, beziehungsweise ein Mozilla-Account, um genauer zu sein, um seine Daten synchronisieren lassen zu können. Wer das aber nicht haben möchte, hat hier auch wieder eine Funktion drin, die im Hintergrund vorhanden ist und Ressourcen belegt. Das muss nicht sein. Das können wir alles abschalten. Dann haben wir auch hier unten natürlich eingekaufte Elemente. Ich habe jetzt hier schon mal zwei Seiten aufgerufen, die können wir da uns mal rausdenken. Allerdings sind die anderen Links, die jetzt hier vorhanden sind, definitiv eingekauft. Okay, wir nehmen noch Mozilla raus, weil die können ja sich selber in ihrem Browser mal verewigen. Das seid ihr noch gestattet. Aber Amazon, YouTube, Facebook, Ebay, Wikipedia und Co. haben sich bestimmt eingekauft, um hier drin stehen zu dürfen. Dann haben wir hier im unteren Bereich eigentlich noch Newsartikel mit Bullshit-News, die auch wirklich kein Mensch lesen möchte, aber sie stehen trotzdem da. Die werden aber glücklicherweise direkt schon durch mein Piehole blockiert, deswegen lädt bei mir hier jetzt tatsächlich gar nichts. Aber wenn du jetzt denkst, hey, ich bin hier schon fünf Schritte voraus, ich habe hier einfach das Einstellungsmenü aufgerufen, die zwei Haken hier rausgenommen, bin dann hier in die Einstellung gegangen, habe den Rest hier eingestellt, dann muss ich dich leider enttäuschen. So schnell geht es leider tatsächlich nicht. Es geht noch schneller, denn die Einstellung hier richtig einzustellen, ja, das braucht Zeit. Und man muss auch wissen, was man einstellt, damit der Firebox am Ende des Tages wirklich etwas schneller und sicherer ist. Wir kriegen auch nicht alles eingestellt, was wir wirklich umbiegen müssten, damit der Firebox noch besser wird. Damit wir wirklich alle Einstellungen erreichen können, gibt es die versteckte Konfigurationsseite about.config. Und wenn wir die aufrufen und hier die Warnung einmal akzeptieren und fortfahren, haben wir hier eben die Möglichkeit, alle Firefox-Konfigurationen anzupassen, die eben der Browser in sich trägt. Wir müssen nur den korrekten Parameter kennen und wissen, welche Sachen wir eintragen müssen, damit die Einstellung Wirkung zeigt. Aber auch das braucht Zeit. Und das Wissen, welche Parameter man einstellen kann. Das ist jetzt auch zu kompliziert. Wir machen es noch ein bisschen einfacher. Ich habe ja gerade eben schon erwähnt, einige Firefox-Nutzer haben sich ja schon die Mühe gemacht und die korrekten Parameter rausgesucht. Wir müssen einfach hier über GitHub das Projekt Betafox aufrufen und schon haben wir passende Vorlagen, um unseren Firefox korrekt einzustellen. Das Projekt hier hat vier Kategorien, wie wir den Browser verbessern können. Zum einen Fast Fox. Da wird eben die Geschwindigkeit des Browsers etwas erhöht, indem einfach ein paar Optionen passend eingestellt werden. Dann haben wir hier den Secure Fox. Hier werden eben Einstellungen umgebogen, damit der Firefox etwas sicherer wird. Zum einen haben wir hier die Sache mit direkt HTTPS aufrufen statt HTTP. Wir haben hier ein paar Anpassungen, wie der Browser mit Cookies umgehen soll und die ganze Telemetrie wird auch deaktiviert. Dann haben wir den Pesky Fox oder Pesky Fox, wie auch immer man das aussprechen möchte, der deaktiviert einfach nur Pocket und so nutzlosen Kram, macht den Firefox etwas schlanker, indem der kompakte Modus aktiviert wird und deaktiviert hier Pop-Ups und sonstige nervige Sachen, die es ebenso im Internet gibt. Zu guter Letzt haben wir den Smooth Fox, der ebenso einen Edge-like Scroll-Modus aktivieren soll, damit das Ganze ein bisschen sanfter aussieht. Ich muss aber ehrlich gestehen, das hat bei mir nicht funktioniert, egal ob auf Windows oder auf Linux. Wir haben hier noch eine User.JSON-Datei und wie hier drin steht, da ist alles enthalten, was drüber steht. Also unsere beste Anlaufstelle, um den Browser besser zu machen. Wir klicken einfach mal hier die Datei an und dann kriegen wir hier im GitHub-Editor eben den Inhalt dargestellt, was in der Datei selber drin ist. Dann haben wir einfach nur die Firefox-Konfiguration, die wir über die About-Config-Seite finden können, die wir einfach nur reinladen müssen und schon werden die ganzen Einstellungen hier umgestellt. Wir arbeiten hier auch im User-Level, sprich wir können das problemlos mit ganz normalen Berechtigungen übernehmen. Auch zum Beispiel bei dir auf der Arbeit, wo du sowieso keine Admin-Rechte hast. Wir sehen hier auch jedes Mal in den Klammern einmal die Konfiguration, die es in Firefox gibt und den Parameter, der mitgegeben wird. Mehr tut die Datei am Ende des Tages auch nicht. Wir müssen lediglich hingehen, die Datei einmal runterladen und danach geben wir eine kleine Abkürzung, damit wir den korrekten Ordner finden, wo die Datei jetzt hin muss. Deswegen öffnen wir hier einfach kurz einen neuen Tab und rufen jetzt die versteckte Seite About-Profiles auf. Dann kriegen wir hier diese Seite dargestellt. Normalerweise hast du hier noch nichts geändert und auch keine weiteren Profile hinzugefügt. Deswegen sollte die Seite so aussehen wie bei mir hier. Wenn du den ganz normalen Standard-Firefox installiert hast, solltest du hier zwei Profile haben. Einmal Default Release und einmal Default. Wir benötigen lediglich das aktive Profil hier Default Release. Wenn du eine Nightly-Version installiert hast, dann könnte hier das Profil Default Nightly oder ähnliches sich nennen. Von dem her, guck einfach, was hier nicht das einfache Default-Profil ist. Das ist normalerweise dein aktives. Steht auch hier dran, dass es aktiv ist. Wir müssen lediglich hier beim Wurzel-Ordner einmal hier auf Ordner öffnen klicken und dann macht es uns hier den korrekten Ordner auf. Zu erkennen, dass hier sehr viele Ordner und sehr viele Daten drin sind. Es sind hier nur zwei, drei Daten drin. Bist du falsch abgebogen? Hier rein muss tatsächlich jetzt einfach nur die User.JSON-Datei. Also schließen wir den Firefox hier im Hintergrund mal wieder und öffnen kurz den Download-Ordner. Da müsste jetzt die User.JSON-Datei drin sein. Genau, die haben wir hier. Und die schieben wir jetzt einfach in den Profile-Ordner vom Firefox. Peng. Das war's schon. Mehr müssen wir nicht tun. Doch halt, was ist jetzt mit den ganzen Einstellungen, die vorher im Firefox drin waren? Ja, die bleiben in der Regel erhalten, soweit sie eben nicht durch die User.JSON-Datei hier jetzt überschrieben werden. Möchtest du noch ein paar Änderungen vornehmen, bevor sie im Firefox jetzt endgültig übernommen werden, kannst du natürlich die Datei auf deine Belieben anpassen. Öffne sie einfach mit einem Texteditor. Ich nehme jetzt hier einfach mal Notepad++, dann sieht das Ganze etwas netter aus. Und dann kannst du hier eben die Werte auf deine Wünsche nochmal abändern. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, wir gehen einfach mal kurz weiter runter, fast schon ans Ende. Dass zum Beispiel, wenn ich über die Lesezeichen mir ein neues Lesezeichen öffnen möchte, also auf eine Seite gehen möchte, dass er mir das Ganze einfach in einem neuen Tab darstellt und der Tab mit der bisherigen Seite einfach vorhanden bleibt. Wer das zum Beispiel nicht haben möchte, der ändert hier einfach den Wert bei Browser-Tabs-Load-Bookmarks in Tabs von True auf False ab und schon passiert das Ganze nicht mehr. Wer zum Beispiel den Mozilla-Account nutzen möchte, der findet auch hier die passenden Einstellungen. Wenn man eben nach der passenden Einstellung sucht. Die Einstellungen sind von der Benahmung her eigentlich relativ gut verständlich. Wenn ihr nicht wisst, was es tut, gibt es einfach mal bei einer Suchmaschine das Vertrauens ein. Ihr landet dann in der Regel irgendwo bei GitHub oder in einem Mozilla-Forum, wo das Ganze ausführlich beschrieben wird. Wenn ihr alle Änderungen vorgenommen habt, die ihr wollt, speichern wir die Datei einfach wieder ab und starten mal den Firefox. Siehe da, wir sehen weniger. Wir haben die Firefox-View-Anzeige hier oben nicht mehr. Die ist komplett weg. Der Pfeil nach unten für die Tab-Ansicht ist weg. Wir haben kein Pocket mehr. Wir haben auch nicht mehr die Möglichkeiten, uns mit einem Mozilla-Account hier anzumelden. Alles ist weg. Doch eine Warnung möchte ich hier noch aussprechen. Wenn wir jetzt hier einmal in die Einstellungen gehen und hier mal auf den Bereich Datenschutz und Sicherheit gehen, hier fällt es eigentlich am meisten auf, wenn wir zwar jetzt über die Konfiguration eingestellt bekommen, dass er die Cookies anders behandeln soll oder besser behandeln soll in dem Fall, dementsprechend ist der Punkt von Standard hier auf streng gesprungen. Das ist gut. Wenn wir aber weiter runter scrollen, dann sehen wir hier, ja nicht alle Optionen sind sauber hier über die grafische Oberfläche tatsächlich geändert worden. Do Not Track steht hier immer noch, nur wenn Firefox bekannte Elemente zur Aktivitätsverfolgung blockieren soll. Da sollte er allerdings hier auf immer stehen. Wenn wir hier noch weiter runter scrollen, dann finden wir hier weiter unten, hier fast am Ende, die Einstellung nur HTTPS-Modus verwenden. Auch dieser ist nicht sauber übernommen worden. Am besten ist es, wenn wir hier nur HTTPS-Modus in allen Fenstern aktivieren setzen. Kann sein, das ist im Hintergrund auch schon übernommen worden. Er hat es jetzt hier nur nicht sauber angezeigt, aber wir können den Punkt auch so setzen. Hat einfach den Vorteil, dass er Webseiten erst mal nur mit HTTPS aufruft und wenn HTTP aufgerufen werden soll, dann zeigt er uns eine Warnung an. Deswegen lasst euch von einigen Einstellungen hier nicht täuschen, auch wenn sie aus- oder nicht gut eingestellt sind. Laut der grafischen Oberfläche hier über die user.json-Datei kann es sein, dass diese trotzdem korrekt eingestellt sind. Diese Warnung findet ihr auch auf dem Gitter-Projekt ab und zu in irgendwelchen klein gedruckten Zwischenzeilen. So, mehr müssen wir jetzt nicht tun. Unser Firefox ist besser und schneller eingestellt. Ich kann das jetzt hier im Video schlecht zeigen, wie besser der Browser jetzt läuft. Deswegen, das müsst ihr jetzt selber rausfinden. Doch ich habe ja gesagt, das funktioniert so gut wie auf allen Plattformen. Ja, das ist auch richtig. Deswegen gucken wir uns jetzt uns doch kurz an, wie wir das Ganze auf einem Android-Gerät machen können. Weil dort gibt es ja auch Firefox und dort lässt er sich auch anpassen. Okay, nun zum Smartphone oder hier in meinem Fall jetzt einfach ein Tablet. Hol dir erstmal was zu trinken, das wird nämlich jetzt etwas aufwendiger. Leider. Ich habe ja hier ein ganz normales Android-Tablet mit Android 13 installiert. Damit wir aber in Firefox auf unsere Wünsche anpassen können, müssen wir auf die normale Firefox-App verzichten. Dort ist die About-Config-Seite deaktiviert. Stattdessen müssen wir Firefox in der Nightly- oder Entwickler-Version installieren, sofern wir den Google Play Store verwenden oder Fanec über F-Droid herunterladen. Nur bei den Varianten ist die About-Config-Seite noch erreichbar. Warum Mozilla die About-Config-Seite in der Standard-Version gesperrt hat, ist für mich unklar. Also ladet euch entweder Firefox Nightly oder Fanec runter. Wir starten jetzt hier einfach mal Firefox Nightly, den habe ich noch nicht angepasst. Die Fanec-Version ist bei mir schon komplett angepasst. Um jetzt den Firefox auf dem Android-Gerät optimieren zu können, müssen wir den ganzen Käse leider von Hand machen. Also rufen wir hier einfach die About-Config-Seite auf. Und suchen jetzt hier mit der Suche rechts oben alle Parameter einzeln und passen die auf unsere Bedürfnisse an. Damit du dich nicht dumm und dämlich suchst und tippst und machst, hier zwei Tipps von mir. Zum einen habe ich einmal auf meiner Homepage alle verfügbaren Parameter, die es zum Beispiel bei Fanec gibt, niedergeschrieben. So weißt du, welche Parameter du überhaupt abändern kannst. Denn nicht alle Optionen stehen bei der Android-App zur Verfügung, wie es der Desktop-PC hat. Zum anderen versuch, eventuell eine Maus- und Tastatur an dein Gerät anzuschließen. Oder geh mit einer Fernwartungssoftware wie TeamViewer, AnyDesk oder RustDesk auf dein Gerät über den PC drauf. So kannst du ganz einfach per Copy und Paste die passenden Parameter hier oben eintragen. Und dann dementsprechend die Parameter so umstellen, dass sie perfekt sind. Ich mache das jetzt hier einfach mal mit dem Beispiel für Telemetrie. Da wäre zum Beispiel ein Eintrag Toolkit.Telemetrie.Unified. Da muss ich nicht mal alles eingeben. Schon habe ich nur noch einen Eintrag vorhanden. Und der müsste jetzt auf False gestellt werden. Das ist er zum Beispiel schon bei mir drin. Dann haben wir noch ein Toolkit Telemetrie Enabled. Der steht jetzt hier auf True. Ich drücke einfach hier einmal drauf. Dann habe ich hier die Möglichkeit, das Ganze umzuschalten. Ich drücke auf Umschalten. Schon steht das Ganze auf False. So sollte es sein. Und zum guten Schluss haben wir jetzt hier bei dem Trio noch den Toolkit Telemetrie Server. Dann haben wir hier den Eintrag. Den sollen wir jetzt ersetzen von der Mozilla Adresse zu einfach Data. Doppelpunkt. So drücken wir hier noch einmal Enter. Dann wird das Ganze übernommen. So müsst ihr jetzt eben alle Einstellungen mit den passenden Parameter einmal durchgehen, die ich auch auf der Homepage niedergeschrieben habe. Den Firefox einmal neu starten, also die App komplett beenden. Zur Not hier auch einmal lange auf die App drauf. Auf die Informationen gehen. Und hier dann Beenden auswählen. Den Firefox einmal neu starten. Und dementsprechend sollten die Einstellungen dann übernommen worden sein. Ist zwar jetzt eine Menge Arbeit für Android Nutzer, aber wenn ihr es mit Remote Desktop Software oder sowas ähnliches macht, solltet ihr es relativ zügig werden. Denn das Problem ist, wir haben hier keinen Profiles Ordner, den wir einfach aufrufen können, wo wir die User.json Datei reinschmeißen könnten. Alter schade, aber nun gut, wir haben ja hier einen anderen Weg, worüber das Ganze gut funktioniert. Ich habe ja auch am Anfang erwähnt, dass ich für dich noch ein paar Tipps und Tricks habe. Die gepaart mit ein paar wohl aufkommenden Fragen bekommst du aber jetzt noch. Muss ich die Anpassungen auf jedem System einzeln machen? Ja, die Einstellungen werden nicht automatisch zum Beispiel über dein Firefox-Konto übertragen. Ich habe einen Rechner mit mehreren System-Nutzer-Profilen. Muss ich dort einzeln die Anpassungen einspielen? Ja, die Anpassungen sind nur für das gerade geöffnete und aktive Konto gültig. Was mache ich, wenn ich die About-Config-Seite nicht erreichen kann? Am besten Mozilla anschreiben, damit sie die Seite aktivieren. Da kann ich echt nichts dagegen tun. In der Zwischenzeit schau mal nach, ob es andere Firefox-Versionen für deine Plattform gibt. Hier ein Beispiel. Auf dem Amazon Fire TV gibt es zwar Firefox, die App ist aber eingeschränkt. Du kannst aber zum Beispiel die Fennec APK problemlos nachinstallieren, per Siteloading. Kann ich das hier problemlos auf der Arbeit an einem Firmenrechner umsetzen? Ja, aber lieber nein. Sprich davor mit deiner IT-Abteilung, ob du das darfst. Es ist zwar dein persönliches Firefox-Profil, was du anpasst. Die IT kann aber zum Beispiel durch Dinge wie ein Active Directory schon Anpassungen am Browser gemacht haben, welche du unter Umständen mit deinen eigenen Anpassungen wieder vernichtest. Denn die Vorgaben eines Admins sind höher gewichtet als deine eigenen. Schick aber gerne deiner IT dieses Video, damit sie vielleicht die ein oder anderen Einstellungen direkt für alle Systeme in der Firma umsetzen können. Da musst du nichts tun. Falls du hier der Admin bist, weißt du jetzt, was du morgen zu tun hast. Nutze aber weiterhin einen Adblocker. Nur so kannst du den Datenschutz und die Sicherheit und das Tempo deutlich verbessern. Ein Adblocker kann in der Regel auf allen Plattformen installiert werden, auf denen wir auch die About-Config-Seite vorhanden haben. Ein Adblocker mit seinen Filterlisten ist dir deutlich wirksamer als das, was wir gerade eingerichtet haben. Nutze auch ein Piehole als DNS-Server. Du hast ja gesehen, bei mir funktioniert es wunderbar. Damit kannst du effektiv dich gegen Gefahren im Internet schützen. Die Safe-Browsing-Listen von Google sind nicht so schnell wie ein gut gepflegtes Piehole. Nutze auch doch eher LibreWolf, wenn du auf dem PC keine Lust auf Anpassungen hast. LibreWolf ist ein Fork von Firefox, wo schon alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind. Damit wollen wir jetzt auch zum Ende dieses etwas länger gewordenen Videos kommen. Ich hoffe es hat geholfen und ich hoffe es hat gefallen. Wenn ja, lass das Däumchen nach oben da. Hinterlass ein Abo, dann verpasst du keine weiteren Videos mehr. Und empfehle natürlich dieses Video, also auch den Kanal an deine Freunde weiter, damit die auch mal wieder Firefox Air nutzen statt Google Chrome und den auch richtig flott und sicher gestalten können. Bis dahin, viel Spaß beim Umsetzen und hau rein! Bis zum nächsten Mal. � reduceden R corners Se professionals hat cradle und schlköge. Great Porque ist da! Oh, estaba wir bei uns dale nebremnen gugel. Mus'ulich lohfen. Übermacht. Das אם ich sage, denn da glaubst, Wahlen, arbestaw Kab cups und bellen.